Der Standort Schwarzenfeld hier ist ein Zusammenschluss von zwei bestehenden Werkstätten. Er wurde 2020 neu errichtet. Dadurch werden bei uns Kompetenzen gebündelt und wir können für die Zukunft unsere Servicequalität und unsere Schlagkraft weiter steigern. Am meisten hilft uns Connect in der Zukunft bei der Fehlerdiagnose, weil wir die Fehlerdiagnose vor Ort machen können. Wir schauen in unserem PC, was fehlt im Schlepper, können unsere Diagnose setzen und können dann zielgerichtet zum Kunden fahren. Wir haben einen gemischten Kundenstamm vom Lohnunternehmer bis zum Nebenerwerbslandwirt. Wir betreuen aber auch Kommunal- und Gewerbebetriebe. Wir sind ein reiner Marktfruchtbetrieb. Wir bauen Getreide, Raps, Mais an. Wir haben hier ein sehr kleinstrukturiertes Gebiet in der Oberpfalz mit einer durchschnittlichen Größe von rund drei Hektar. Wir sind ein Betrieb, der viel auf Genauigkeit setzt. Auf den größeren Traktoren sind Spurführungssysteme mit RTK-Genauigkeit. Wir setzen auf Section Control, um die Ressourcen einzusparen, Kosten einzusparen. Umweltauspekte spielen eine Rolle dabei. Wir arbeiten auch mit einer variablen Aussaat, variablen Düngung. Der Vertriebspartner ist früher auf uns zugegangen und hat FendConnect zusammen mit uns auf den Maschinen installiert. Das ist eine sehr einfache Handhabung. Eine Registrierung reicht und online können die Daten der Maschinen ausgelesen werden. Auf den ersten Moment ist der Spritverbrauch sofort ersichtlich. Auch die Auslastung der Maschinen kann überprüft werden. So können die Maschinen besser und effizienter eingesetzt werden und FendConnect hilft dabei, sehen zu können, wo sie gerade unterwegs sind. Man kann die Maschinen optimal einteilen. So lässt es sich besser planen. Ein großer Vorteil sind die Kostenersparnis. Das hat sich von Anfang an gezeigt, dass wir Kleinigkeiten, die später groß werden würden, abfangen können und dann aus einer Wochenreparatur eine ein- oder zwei-Tagesreparatur zu machen und unsere Stillstandszeiten zu minimieren oder ganz zu verhindern. Allgemein ist die Auslastung in unseren Betrieben ganzjährig relativ hoch. Das ist zurückzuführen auf die Vielfalt der Maschinen, die wir im Portfolio haben. Natürlich gibt es aber auch Stoßzeiten, insbesondere im Frühjahr, wenn die Düngung und die Aussaat beginnt und natürlich im Sommer während der Erntezeit. Wir verfügen über mobile Servicefahrzeuge, um auch den Service vor Ort beim Kunden gewährleisten zu können. Connect hilft uns oder hat uns bis jetzt geholfen, indem wir die Kundendienste besser planen können. In der Vergangenheit musste ich anrufen und detailliert schildern, welche Fehler auftreten, damit er irgendwie herausfinden kann, wie er es beheben kann. Jetzt, wenn ich anrufe, kann er direkt darauf zugreifen, den Fehler analysieren, direkt das richtige Detail heraussuchen und somit zu mir auf den Hof kommen und den Fehler beheben. Da wir ein relativ großes Einzugsgebiet mittlerweile haben und nicht jeder Monteur jede Örtlichkeit kennt, so können wir mit diesen Teilen zielgerichtet einmal direkt zur Maschine fahren und müssen nicht erst stundenlang suchen. Also diese Verbundenheit schafft auf jeden Fall Erfolg und der Kunde schätzt es schon, wenn der Monteur nur einmal kommt, diese Maschine repariert und fährt wieder. Und nicht zwei-, dreimal kommen muss oder die Maschine muss extra in den Werkstatt zur Diagnose. Wir machen die Diagnose hier, fahren raus, reparieren, sind fertig, der Kunde ist glücklich. Ich denke, jedem kann Fan Connect weiterhelfen und besonders auch denen, die viele Maschinen in ihrer Flotte haben. Es ist wichtig, sich früh damit zu beschäftigen. Es hilft, einen guten Überblick zu haben und die Traktoren effizient steuern zu können. Kunden, die noch unsicher sind, sollten auf jeden Fall keine Angst haben, sondern mit offenen Augen auf die neuen digitalen Systeme zugehen. Wie auch in anderen Branchen spielt es in der Landwirtschaft mindestens genauso eine große Rolle, dass die Digitalisierung Einzug hält. Und sie hilft, in Zukunft effizienter arbeiten zu können, Betriebsmittel, Ressourcen einsparen zu können, umweltschonende arbeiten zu können und so auch auf die Verbraucher ein gutes Bild zeigen zu können auf die neue moderne Landwirtschaft.